Moin Moin und Willkommen zu einem neuen Video. Heute mal ein kleines Hot Wheels Flippers Special, das ist eine Art Flip Auto, könnte man sagen, also darum Hot Wheels Flippers, die man rumdrehen kann. Ich wollte die mal zeigen, das ist eine Kuriosität. Man findet ja eigentlich kaum Informationen zu diesen Modellen und deshalb werden wir uns jetzt einfach mal im Einzelnen ansehen, weil ich die eigentlich ziemlich cool finde. Und ja, soweit ich weiß, nach meinen spärlichen Informationen kam 1989 tatsächlich die erste Serie raus. Dazu müssen die beiden Modelle gehören. Wie gesagt, das eine habe ich sogar zweimal. Und die lassen sich dann in Rennwagen umflippen, sozusagen. Ja, umflippers. Ich finde die eigentlich ziemlich cool. Das Problem ist halt, über die Jahre ist es halt so, dass das Auto eine präferierte Seite hat, sozusagen. Das heißt, wenn man es immer auf derselben Seite hat, dann flippt es irgendwann nicht mehr von alleine auf die andere Seite. Das heißt, wenn ich jetzt hier drücke... Gut, das ist ein schlechtes Beispiel, denn der ist tatsächlich kaputt. Das Innenleben hier. Aber bei dem zum Beispiel geht es noch. Wenn ich jetzt umflippe, seht ihr, dass die andere Seite auch mit oben bleibt. Das heißt, die Feder selber ist hier noch ganz. Hier ist nur das Innenleben ein bisschen verrutscht. Das muss man immer immer ein bisschen hinschieben. Bei der Porsche ist quasi noch komplett intakt. Da halten beide Seiten noch. Bei denen hier ist es so, da ich die meistens so betrieben habe, ist die Feder halt schon kaputt. Das heißt, in dem Modus bleibt er quasi nicht mehr geflippt. Ein bisschen schade. Aber ist egal, das funktioniert trotzdem noch so zum Spielen. Bei dem hier dasselbe. Wie gesagt, weil da gefiel mir die Seite einfach immer besser. Die gibt es auch noch in diversen anderen Farben. Also die, weiß ich, gibt es auch noch in grün-orange. Ne, in grün-lila gab es den. Genau, den gab es die Seite in grün und die Seite auch in lila, aber ein bisschen in einem anderen Design. In so einem weiß-lila Design mit so einem Formel-1-Schriftzug habe ich schon gesehen. Den besitze ich leider nicht. Das sind alles Autos selber von damals, von mir. Dann kam ein bisschen später kamen dann die hier. Zu welcher Seite gehört, der gehört, weiß ich nicht. Aber den habe ich später bekommen. Den kann man tatsächlich von einer Art Panzerwagen in einen Cabrio umflippen. Bei dem funktionieren auch beide Versionen noch, weil ich halt auch beide Versionen ziemlich cool finde. Das heißt, der stand auch mal so rum und mal so rum. Auch ein sehr cooles Teil. Lego an dieses Videos nur für dich. Aber ich denke, ich werde noch mehr Videos machen. Ich hoffe, ihr erfreut euch daran. Ja, und dann kamen ganz später, kamen dann diese hier. Ihr seht, es ist dasselbe Modell. Hier scheint schon was zu fehlen, denn hier ist nämlich noch was drin. Ich glaube, hier fehlt es. Das war tatsächlich auch so. Das ist hier mal so ein Beispiel für das Design nochmal verwendet. Also bei dem hier weiß ich natürlich nicht, denn den habe ich erst später bekommen. Und das sieht auch nicht so aus, als ob das hier transparent ist. Die sind tatsächlich bloß bemalt hier. Aber ich will es natürlich nicht beschwören. Bei dem hier weiß ich ganz genau, den hier hat mein Nachwuchs irgendwann mal auf dem Flohmarkt abgestaubt. Das habe ich bei einem Händler gesehen und der hat es ihr dann geschenkt. Das ist also das einzige wirklich neue Flipper, würde ich mal sagen, was ich jetzt so in meiner Sammlung dazu bekommen habe, sozusagen. Also ich finde die eigentlich ziemlich cool, die Teile. Und das Ding hier habe ich tatsächlich selber auch gehabt damals. Die müssen ein bisschen später gewesen sein. Und ich weiß, wenn man den umgeflippt hat, zum Taxi sozusagen, dann ging hier oben im Wechsel das Signallicht an, sozusagen. Und der hat auch, glaube ich, kurz Geräusche gemacht. Aber natürlich ist die Mikrozelle, die da drin ist, schon lange tot. Und ohne das Auto kaputt zu machen... Oh, das habe ich nur runtergeschmissen. Und ohne das Auto kaputt zu machen, bekommt man die logischerweise auch nicht gewechselt. Aber ich finde die sehr cool. Wie gesagt, gelegentlich sieht man mal einen bei Ebay. Meistens dann neu und original verpackt, so für 12, 13 Euro. Manchmal aus Frankreich oder so. Aber wie gesagt, man findet da erstaunlich wenig drüber, als ob diese Dinger praktisch, als ob sie nie existiert hätten. Was sehr schade ist, weil ich denke, auch heute finden Kinder sowas noch affenstark. Und ja, ist halt eine schöne Kuriosität. Die sind auch sehr massiv gemacht. Das ist alles komplett Metall. Die sind auch ziemlich schwer. Den hier finde ich, wie gesagt, besonders geil. Und ja, ist ein bisschen schade, dass das so ein bisschen verloren gegangen ist, sage ich mal. Also bei diesen ersten hier sieht man auch, dass die waren ganz einfach. Und die haben auch ein bisschen gelitten, einfach weil die Achsen auch nicht die nötige Stabilität haben und so. Und die späteren, wie gesagt, die waren nachher besser. Das sieht man hier schon. Also die konnten auch um einiges mehr ab. Aber nichtsdestotrotz, ich finde auch die alten mega cool. Also den Porsche fand ich schon immer mega cool. Vielleicht ziemlich traurig, dass das hier das Innenleben so ein bisschen kaputt gegangen ist, dass das so verrutscht. Aber es ist halt immer noch ein cooles, ein cooles Auto. Na komm her. Da muss ich wieder hinschütteln. Ich wollte euch die Rennwagenseite nochmal zeigen. Wenn ich den nochmal intakt bekommen hätte, wäre das natürlich schön. Okay, er will jetzt nicht. Wir lassen die Porsche-Seite. Doch, ne. Ja, wie gesagt, wenn da mal einer welche sieht, kann er an mich denken. Ich finde die Dinger eigentlich ziemlich cool. Ich weiß gar nicht, wie viel es da gab, weil es hat irgendjemand noch einen im Original verpackt. Und kann mir sagen, welche alle zu welcher Serie gehören, wie viel es da gab und so. Die finde ich ziemlich cool. Da würde ich auch noch mehr sammeln wollen, wenn man sie dann irgendwo noch herbekommt. Wie gesagt, gebraucht findet man die auf dem Flohmarkt so groß gar nicht. Ist ein bisschen schade. Ja. Aber ich denke, das war mal ein Ausflug in eine andere Zeit. Wie gesagt, ich glaube 89 war die erste Serie und ich glaube bis 95 gab es die Dinger in mehreren Serien. Wie gesagt, Hot Wheels ist ja dafür bekannt, dass sie zum Teil die Serien immer wieder auflegen. Darum gibt es den hier zum Beispiel auch in mehreren Farben. Oder den hier. Wie gesagt, das ist ja im Prinzip derselbe. Das hat heute schon immer gerne gemacht. Macht sie heute noch gerne. Ich werde euch dann mal einem anderen Video das auch mal zeigen, wenn ich dann vielleicht mal über die hier spreche. Das ist jetzt in Lincoln Continental in so einem schönen lila Metallic. Den gab es später zum Beispiel noch mal in Gold mit Tribals an der Seite. Dann gab es sie noch mal in Gold mit Tribals als Cabrio. Und natürlich der Klassiker einer der ersten Amis, die sie damals rausgebracht haben. Der Mercury Cougar zum Beispiel. Den gab es später auch noch mal in Rot mit Tribals. Und dann gab es ihn, glaube ich, noch mal in einer anderen Farbe. Und da war dann das, was hier Chrom ist, war dann in Gold und so. Aber das zeige ich euch in einem anderen Video. Ich wollte damit nur sagen, Hot Wheels ist dafür bekannt, dass sie ihre Serien immer wieder verwenden, sozusagen. Und manchmal einfach nur das Design ein bisschen abwandeln, was ja auch nicht verwerflich ist. Ja, und ich hoffe, euch hat es gefallen. Vielleicht habt ihr die Dinger noch nie gesehen und findet die kurios oder, keine Ahnung, habt selber noch coole Geschichten aus eurer Kindheit oder so, die ihr mit diesen Dinger verbindet oder habt vielleicht noch welche zu Hause, die ihr dann loswerden möchtet. Dann schreibt es mir in die Kommentare. Über Like freue ich mich natürlich auch. Und Leguan, ich hoffe, du und dein Nachwuchs, ihr hattet viel Spaß mit dem Video. Das war's. Tschö, tschö.